Jetzt schauen alle nach Brüssel. Viele sprechen über die Top-Jobs. Ich finde, wir sollten sprechen über die Top-Prioritäten in der Sache. Europa braucht einen digitalen Binnenmarkt. Europa braucht eine gemeinsame Kontrolle der Außengrenze und eine Migrationspolitik in gemeinsamer Verantwortung. Wir müssen eine Klimapolitik machen, die wirksamer ist als bisher. Das wollen die Menschen, das ist auch möglich. Setzen wir mehr auf Innovation, auf Erfindergeist, also auf den Ideenwettbewerb in der Marktwirtschaft. Wir brauchen eine Handelspolitik, die sich emanzipiert von den USA und China. die freien und fairen Welthandel möglich macht. Mehr Zusammenarbeit in der Sicherheits- und in der Verteidigungspolitik. Also darum muss es jetzt gehen.